Während der Zeit als Wettkampfathletin habe ich schon so viele Ziele im Kopf gehabt, die ich als Felskletterin jetzt leben darf. Die Zauberfee habe ich schon lange im Kopf gehabt, weil sie zu den schwierigsten Routen in Arco zählt. Die Zauberfee ist eine Route im unteren 11. Schwierigkeitsgrad. Sie ist sehr ausgesetzt steil, so 40 Grad überhängend, auf etwa 20 Meter Höhe. Für mich hat die Zauberfee deshalb so einen hohen Stellenwert, weil sie als sehr anspruchsvoll gilt und weil sie erst von einer Handvoll Männer geklettert worden ist und ein paar Frauen. Obwohl ich drei Züge überhaupt nicht geschafft habe, habe ich gewusst, das ist ein Projekt, bei dem will ich dranbleiben.